hallo und herzlich willkommen zu einer ausgabe von let's play world of tanks und hier mit einem werten gast und zwar den rio cut hallöchen auch von mir ein hallo rio und ich spielen jetzt mal im tier 7 er mit dem t25 at und ich mit dem tje 1 habe hier meine ehrenhundert crew drauf deswegen nicht wundern warum die rot ist bei mir aber immer noch eine bessere 100 crew als irgendwas neues drauf zu setzen wie viel malus gibt es eigentlich immer ich glaube 20 20 aber durch den kommandant ist die crew dann bei effektiv 85 also ist immer noch in ordnung und dem habe ich eine kugel habe ich ja bitte ja du zuerst lieber habe ich die crew mit drei perks anstatt einer mit neuen perks wollte ich sagen ja klar die box funktionieren ja immer weiterhin ja und wo war es jetzt funktionieren meine zahlen übrigens auch wieder sehr gut nämlich zwischenzeitlich mein xvm geupdatet im vergleich zur letzten folge da hatte ich ja nur kästchen und dann sieht man ich habe die tausend 600 werden geknackt so ich soll dazu vertan jetzt ansetzen na scheiße habe ich nicht mal gemacht so was blöd ist aber auch natürlich jetzt aus youtube sicht doof weil wir werden es beide in verschiedene richtungen fahren aber ich werde nämlich eher tendenziell mich nach unten bewegen ich kann ja rein theoretisch noch hinterher kommen nein nein bleib du ruhig da oben also wir nein das ist genauso der youtube plan dass wir auch von beiden seiten strategisch das so zeigen und dass wir aus dem grund der zuschauer sich jede folge ansehen muss einfach beide parallel aufmachen und den sound von andy muten weil meine stimme viel erotischer ist gut das ist jetzt natürlich dummes gewäsch das wissen natürlich auch alle von dem her allein schon gegen diese wortwahl gewäsch ich hätte auch dummes zeug sagen können also sie ist mal wie wie wohl erzogen ich bin und sie sagt man gewäsch ja ja als zeugs klingt total männlich ich habe hallo habe ich jetzt irgendwo gesagt was meine stimme männlich ist sondern ich habe eine sehr viel sie eine sehr feminine sehr zierliche und liebreizende stimme ha 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 liebreizende ja ne das stimmt hast du recht an sonntagen es ist sonntag ja eben deswegen meine ich ja lass ich es gerade noch mal so durchgehen so der chatty chrome skull steht da nur hätte er eigentlich auf das plateau da hinten fahren können da wäre er eigentlich auch relativ sicher gewesen heute mal nicht heute macht warum genau der sonntags deswegen sind heute wieder sonntags war unterwegs hummel zerstörte hummel wir haben die counter wir haben eine counter art die dabei tat gekauft hat oder ist was da ist was da ist was da ist was kommen please 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 noch ein stück noch ein stück noch ein stück wo ist mehr kv ich brauche den kv wieder hilf mir um hommel ja das guck die die mit mal einen schuss rausbekommen auf den ganzer wie so toll toll legt cz rollt rolle am tollsten rollt rolle am tollsten die toller oder toll trat es beim beim toll tat es ich trolle die tolls ich trolle am tollsten so ich werde mich mal von hinten anschleichen das wäre ganz gut ganz still und leise heimlich wie ein panzerjäger ist nun mal so tot hoffe dass der e25 mich nicht irgendwie das ist schade schade weg tollt das ist schade schade ja da habe ich da waren dann doch zu viele und die es ist gar nicht aufgegangen ist unglücklich schau mal du dass da ein stick repräsentiert ja ich bin der dick repräsentator alle last blickt jetzt auf dir die last die last des siegens steht 9 8 das ist noch eine enge geschose es kann noch alles passieren die artis sind wenn du wenn du sie nicht selbst sind sie tot also du bist hier ganz klar in der pflicht vielleicht doch mal anders wird es jetzt ein bisschen zu heikel hier die ganze geschichte mich dann den rand habe ich den vielleicht sogar 20 20 20 mal so dass er mich nicht passiv spotten kann oder dafür bin ich jetzt sehr gespannt was der es macht ok vor 85 hinten in der base bei uns oder muss ich hin oder hängt fest der hängt fest ja geil lassen wir ein stück vom kuchen jetzt kann es weiter passen haben also der es war noch recht voll den kreis nicht mehr so da habe ich noch ein bisschen was ja wo die kollegen hin sind als kämpfen sie eh durch also von dem her muss eh fast durchfahren um zu hoffen dass du noch was vom kuchen abbekommst müssen die erst hin nach die die ist ja gestorben oder und wenn er die lebt eigentlich noch und guck mal wen jetzt wen jetzt fünf sekunden nein 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 so ne kackrunde ich hasse es wenn die durch cappen man sind alle alle kappnubspmuys pui 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 ui pui capnobs man scheiß capnobs ey report 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 alle alle reporten gesocks unglaublich ja pui divel ach so ich muss ja hier warte mal ich muss mal ich nehme mal mein waffen richter antrieb raus und pack mal mein tarnnetz rein das muss ich ja machen Guter Netz. Guerillakrieg mäßig. Oh, nee, hier, Breit. Breit. Breit wie nie. Das ist übrigens Tim Wieses Lebensmotto. Breit wie nie. Breit wie nie, ja, ja. Auch gut gewesen. Der macht das jetzt ganz anders. Früher wurde ihm immer gesagt, du darfst nur die Beine trainieren. Und jetzt trainiert er einfach die Beine gar nicht mehr. Genau, er hat gesagt, scheiß auf mein Leben, Mann. Ich mach das jetzt ganz anders. Wie es jeder gute Bodybuilder macht. Tim Wiesel lebt nach dem Motto, heute ist Gegenteiltag. Ja, ja, vor allem, naja, jetzt ist Gegenteil Zeit, weil vorher hat er ja nur Beine trainiert und jetzt sagt er sich, ich hab so viel Beine in meinem Leben trainiert. Also Beine von anderen, wie von meiner Freundin. Alle. Jetzt darf ich keine Beine mehr trainieren. Ja, der hat, glaube ich, schon ein psychisches Problem. Der hat so viel mit, eben so viel Beine trainiert, dass der auch Beine gar nicht mehr sehen kann. Naja, der denkt sich jetzt, der muss einfach alles andere an seinem Körper beinhart kriegen. Ja, beinhart, alter. Das war... Der war halt diese Wortgewandtheit heute, ne? Ja, das war schon... Das ist ja schon... Das ist ja schon beinahe poetisch. Gefickt eingeschädelt, würde ich sagen. Ja, das ist schon beinahe poetisch hier. Oh. Ich hab keine geilen Beine Wörter mehr. Tut mir leid. Ach, keine geilen Beine Wörter mehr? Ja. Ich kann mir das durch. Unterstützt du mich hier in der Schnitzelgasse so ein bisschen? Ähm... Ja, okay. Musst nicht. Ich kann ruhig mit Schnitzeln, sind ja nur Leitz und Mediums. Abfaller OIS 2 und T-Shirt. Ich würd da nur nicht so bei dir mich da hinstellen, weil ich hab da nicht so weich für. Aber so ein bisschen in die Mitte kann ich mich ja stellen. Ja, der nie tief. Der nie tief. Oh, da fährt ein Crumble direkt durch die Mitte. Den will ich haben. Den will ich haben. Ich hab da ganz schön viel rot. Ich glaub, ich lad manchmal nach dem Schuss auf Premium. Oh, ich track ihn halt nur. Oh, ich hab mal da ein Kuppel. Ey, zweimal getrackt. Ich werd verkloppt. Der ist abgetrallt. Der ist abgetritt. Der ist ein richtiger Killer. naja wenigstens präsentieren sie mir ihre kommenden kuppeln schön ist das ja ganz nice ich weiß mal weiter vor ich will jetzt fertig machen lol wir gehen keine 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 schutzfeld auf nix das ist doch nicht wahr das fährt dann erst zwei irgendwie durch die mittelgasse und ich treffe sie trotzdem nicht reicht mir aber ich meine mein stick presentaten ist aber hier ist wo jetzt immer hier helfen ja 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 ich habe ja der krummel irgendwie voll retarded so schnetzelgasse erfolgreich abgeschnetzelt es gibt es ja nicht was waren das für eine beschissene runde die war beinhard spiel gewesen also dieses spiel muss ich einfach nur rein nehmen oder es muss einfach drin bleiben weil es so bekloppt war nur lights überall und ich stehe da und denke wo soll ich jetzt drauf schießen aber ich habe die mission abgeschlossen also was auch immer ich habe ja schon wieder von jena fahrzeug premium auf normal zu laden aber egal ordentlich schaden gemacht wenn wir das abgabreiß was das nicht mehr rechts da war drei minuten 23 was das von dieser folge ich habe euch jetzt trotzdem gefallen und ja vielen dank für das mitspielen andi bis zum nächsten mal tschüss tschüss